Das war Foxapad Magic Gimmick in 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen auf Jungle Drum Radio. Ich bin der Josch und in der Technik sitzt der Jan. Weiter geht es wie immer zu dieser Zeit mit einer neuen Sendung, diesmal zum Thema Geldschöpfung und Euro-Wahn. Auch der ESM wird was abkriegen von unserer Kritik, die diesmal allerdings sehr hochkarätig ausfallen wird, denn als Gast freuen wir uns heute auf Dr. Ottmar Pregetter, den ich in dieser Sendung freundlicherweise auch Herr Pregetter nennen darf. Das ist sonst einfach zu lang. Er hat promoviert an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Er hat auch in den USA studiert, war zehn Jahre lang bei mehreren internationalen Konzernen tätig und das in leitender Position. Und heute ist er zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Herr Pregetter. Herzlich willkommen, Anders Wien. Ja, Geldschöpfung ist unser Thema heute. Ja. Ja, was kümmert mich die Welt aus? Luft mache ich mein Geld. So können wir im Grunde das Keto der Banken bezeichnen, die unser Geld eben nicht nur verwalten, sondern eben auch aus dem Nichts zaubern. Geldschöpfung. Ja, was ist das und wie funktioniert das? Geldschöpfung ist so einfach, dass die Leute es kaum begreifen können, wenn sie das erste Mal darüber lesen oder davon hören. Also mir ist es genauso gegangen, obwohl ich Wirtschaft studiert habe, weil das das große Geheimnis um das Geld überhaupt ist. Und wenn die Leute wüssten, wie einfach das funktioniert und die Zusammenhänge kennen, dann würde, glaube ich, vieles in unserer Gesellschaft anders aussehen. Geldschöpfung ist nichts anderes als die Erzeugung von Geld und zumeist eben im Computer. Und das Wesentliche dabei ist also, wenn der Begriff einerseits die Banken erzeugen Geld aus Luft oder wie es sogar der Bundesbankchef Weidmann nannte, die Zentralbank erschöpfen unbeschränkt Geld aus dem Nichts, dann heißt das ganz einfach, dass das Geld bei der Kreditvergabe entsteht und eben zuvor nicht vorhanden war. Also diese volkstümliche Meinung oder vielleicht auch anders ausgedrückt die Halbwahrheiten, Viertelwahrheiten und auch Lügen, dass jede Bank nur dann erst Geld hergeben könnte in Form eines Kredites, wenn sie zuerst auch Sparanlagen hat, ist natürlich nicht richtig. Also das Geld wird in dem Moment geschöpft, sprich erzeugt im Computer durch eine Buchung, also virtuelles Geld in dem Moment, wo ein Konsument zu einer Bank geht und einen Kredit haben will, zum Beispiel um ein Auto zu kaufen oder wo ein Unternehmer zu einer Bank geht, um einen Kredit zu bekommen für eine Investition. Das Geld war zuvor nicht vorhanden, deswegen der Begriff Geld aus dem Nichts. Also um das nochmal zu verstehen, wenn ich zu meinem Banker gehe und den um 100 Euro Kredit bitte, dann geht er nicht etwa zum Tresor und holt dort 100 Euro raus, sondern er nimmt einen Zettel und schreibt stattdessen 100 Euro drauf, gibt mir den und damit stehe ich aber mit einem Wert von 100 Euro bei ihm in der Schuld plus Zinsen. Das heißt, wenn ich das nicht zurückzahlen kann, dann kann der sich mein Fahrrad holen. So ungefähr, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen dem Giraldgeld, also dem virtuellen Geld, sprich, wenn Sie einen Kredit bekommen, ich sage einmal von 20.000, 30.000 Euro für einen Autokauf, das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, ja dann werden Sie das Geld nicht bar abheben, das Geld in einen Koffer geben, mit der Straßenbahn durch ganz Hamburg fahren, bis Sie zu Ihrem Autohändler kommen und dort das Geld bar auf den Tisch knallen, sondern Sie werden dort hingehen und sagen, ich möchte das von meinem Kreditkonto überweisen und damit haben Sie also das Buchgeld, also das nur in dem Computer existiert. Wenn Sie hingehen und 100 Euro abheben, dann ist das Bargeld und das ist natürlich das echte Geld, also das gesetzliche Zahlungsmittel, die Scheine und die Münzen, die sich die Bank, also jede Geschäftsbank, aber von der Zentralbank zuerst besorgen muss. Nun ist mir das ja eigentlich ziemlich egal, wo die Bank ihr Geld herbekommt, solange es es nur gibt, wenn ich es brauche. Hat denn das trotzdem irgendwelche negativen Folgen für uns? Nein, es hat insofern große negative Folgen, weil nur ein Prozent echtes Geld ist, nämlich das gesetzliche Zahlungsmittel, sprich, das, was sich die Geschäftsbanken von der Zentralbank besorgen. Und das sind eben die Scheine und die Münzen. Und der Rest ist eigentlich kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern das funktioniert nur, solange alle Konsumenten, sprich wir, daran glauben, dass dieses Geld funktionieren kann für unseren Wirtschaftskreislauf. Nun kann ich aber beispielsweise für dich arbeiten. Ich arbeite eine Stunde für Sie, Entschuldigung, und ich mähe Ihren Rasen. Und Sie geben mir dafür 10 Euro. Dann ist das vielleicht kein echtes Geld, aber damit kann ich ja trotzdem in den Supermarkt gehen und mir was zu essen holen. Und das ist dann was sehr, sehr Existenzielles, sagt mein Arzt zumindest immer. Und deswegen kann ich damit leben. Letztlich ist mir das doch wurscht, ob das Buchgeld, Viralgeld, ob das Echtgeld oder Falschgeld ist. Hauptsache, ich kriege was auf den Tisch. Das ist richtig. Ich meine, ich könnte natürlich auch, wie sage ich mal, einen Überweisungsauftrag geben für die 10 Euro, was natürlich kein Mensch tut. Aber diese 10 Euro, das Bargeld, das ist ja schon das echte Geld. Das sind ja die Münzen und Scheine, wie ich zuvor sagte. Also das ist das echte Geld, mit dem man dann ein Bier kaufen gehen kann. Und völlig richtig den Konsumenten, und deswegen kümmern sich die meisten auch nicht darum, wie das Geld entsteht, kann es völlig egal sein, ob er das Geld jetzt abhebt oder halt Bar bekommt, solange er damit halt bezahlen kann, sich eine Wurstsehmer kaufen kann, was auch immer. Aber für einen internationalen Prozess und für eine Volkswirtschaft hat es natürlich verheerende Auswirkungen. Dahingehend, wenn nur die Geschäftsbanken, ich sage einmal 99 Prozent des gesamten Geldes, erzeugen können und eben erzeugen aus Luft. Und was für Folgen sind denn das? Die Folgen sind ganz einfach. Vielleicht muss ich da jetzt ein bisschen ausholen, weil wir uns länger unterhalten und dann immer wieder darauf zurückkommen. In einer Volkswirtschaft gibt es fünf Sektoren und da muss man dann aufpassen, im Sinne, dass man das auch immer wieder mitten in unserer Debatte. Das wäre einmal die Außenwirtschaft, also Exporte, Importe und die Kapitaltransfers. Dann wäre das der Staat. Und dann haben wir eigentlich noch die Privatwirtschaft. Und die Privatwirtschaft gliedert sich in die Banken, Zentralbanken, Geschäftsbanken, in die realen Unternehmungen oder wir können auch dazu sagen Lichtbanken und eben in die Konsumenten und Haushalte. Und das Entscheidende, auf Volkswirtschaftlerhebene betrachtet, ist jetzt, dass nur einer dieser Sektoren, nämlich die Zentralbanken und die Geschäftsbanken, also die Bank um die Ecke, die Sparkasse, das Geld erzeugen darf. Das nennt man Geldschöpfung. Und das Wesentliche jetzt dabei zu verstehen, sicherlich kann man immer wieder argumentieren, solange ich Geld habe und abheben kann, ist mir das egal. Das Wesentliche und Fatale für die Wirtschaft ist natürlich, dass die realen Unternehmungen, also ein Autohändler, genauso wie ein Konsument, nur das Geld bekommt über Kredit, über Schuld. Und genauso, die Banken sich das Bargeld, wenn man originär zurückdenkt, sie haben ja, wenn sie ein Geschäft begehen, dann überhaupt kein Geld. Das Bargeld müssen sie sich zuerst bei der Zentralbank kaufen und das geht natürlich auch nur gegen Schuld oder gegen Kredit. Aber der Fazit davon ist, dass 100% des Geldes als Schuld, als Kredit entsteht. Und das ist das, was viele Politiker nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Bei den Ökonomen oder Wirtschaftswissenschaftlern bin ich mir nicht so ganz sicher. Also die einen, die es wissen, sagen es nicht und die Zweiten verstehen es vielleicht wirklich nicht. Also das ist im Grunde so, wie wenn man in ein Glas Bier so viel Wasser reinschüttet, dass es einfach nicht mehr schmeckt oder einfach nichts mehr taugt und das dann aber zum vollen Preis trotzdem verkauft. So ungefähr, ja. Aber das Wesentliche ist ja jetzt auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene, dass natürlich die Konsumenten so lange nicht drückt, solange sie eben überschuldet sind oder ich sage einmal arbeitslos werden und die Schulden sie erdrücken und die Zinslast sie erdrückt, so wie wir jetzt in ganz Südeuropa haben. Wenn man dann auf volkswirtschaftlicher Ebene weiß, dass 100% des Geldes nur als Kredit entsteht, dann gibt es natürlich kein Entrinnen aus diesem Geldsystem. Zu diesem Thema haben wir übrigens einen ganz hübschen Einspieler gefunden, dem der Erwig Pelzig das Ganze mal so aus seiner Sicht schildert in seiner Sendung Pelzig hält sich. Sein Gast ist diesmal die Hannelore Kraft. Das ist die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin und die leiht sich ihr Geld natürlich auch bei der Bank. Jan, lass mal was hören. Wenn Sie jetzt wieder, glaube ich, eine Kreditneuaufnahme in NRW 4,7 Milliarden, bei wem leihen Sie sich das Geld? Bei Banken? Bei Banken, die Sie dann hinterher retten. Genau. Ja, das ist doch absurde. Das ist doch Wahnsinn, oder? Sie gehen, Ihr Finanzminister geht dann zur Deutschen Bank oder so? Auf den Finanzmarkt. Auf den Finanzmarkt? Ja. Und wer leiht Ihnen Geld? Ja, sind wir ein guter Kreditnehmer. Ja? Also da sind schon auch einige, die uns gerne Geld geben. Wirklich? Doch, doch. So schlimm ist es bei uns noch nicht. Also man kriegt, na klar, A, A, A-Rating wahrscheinlich. Triple A. Weil ja der, triple A, weil ja der Steuerzahler trippelt. Genau. Wo hat der Staat eigentlich die Schulden? Ich kann es Ihnen sagen. Bei der Bank. Der Staat macht es wie wir, er geht zur Bank. Zwei Drittel der Staatsschulden sind bei Kreditinstituten. Ist auch komisch, gell? Er schenkt der Staat den Banken ein Geld, um es sich danach wieder teuer auszuleihen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, aber in meinen Ohren klingt es nach einem möglicherweise ungünstigen Geschäft. Aber der Staat leiht sich ja das Geld jetzt durchaus nicht nur bei den Banken, sondern auch bei uns, bei seinen Bürgern. Bundesanleihen, kennen Sie das? Bundesanleihen. Leitet man dem Staat ein Geld, dann ist der Staat mein Schuldner. Bundesanleihen sind ja der totale Rennergrad, weil Bundesanleihen so sicher sind. Und warum sind sie so sicher? Weil der Staat ein guter Schuldner ist. Und warum ist er das? Weil der Staat sehr gute Bürgern hat. Und wer sind die Bürgern? Wir wieder, die Steuerzahler. Also es ist auch wieder komisch, es ist auch ein wenig entdeppert. Wenn ich mir jetzt Bundesanleihen käffe, bin ich Gläubiger des Staates und gleichzeitig der Bürger meines Schuldners. Klingt auch wieder ein wenig nach Hütchenspiel. Obwohl, ich gebe zu, ich habe mir selber schon überlegt, in diesen unsicheren Zeiten, käffe ich mir jetzt kein neues Auto, sondern Bundesanleihen. Habe ich gesagt, käffe ich Bundesanleihen, entweder oder. Und jetzt sagen, sowohl mein Bankberater als auch mein Opelhändler, sagen beide bellt sich, ja, käffe dein Bundesanleihen und finanziere den Opel über die Bank. Ja, ich spinne zwar, aber ich bin ja nicht blöd, ja. Weil das im Grund heißt es doch, erst schenkt der Staat mein Steuergeld der Bank. Dann leitet er es sich zurück, muss an die Bank Zinsen zahlen. Die Zinsen zahlt er wahrscheinlich von meinem Bundesanleihen. Dann nimmt er das geliehene Geld und trittet damit auf Kredit die Firma Opel, wo ich auf Kredit zum zweiten Mal ein Auto bezahlen soll, das dann in den nächsten fünf Jahren der Bank gehört. Ja, und wenn die Dreckskarte dann nichts mehr wert ist, dann ist sie mein eigenes. Ja, der fällt sich, der macht wenigstens Spaß, die Handelhöhrekraft eher nicht so. Aber die sprach ja von den Finanzmärkten, wo wir uns unser Geld leihen. Deswegen würde ich gerne mal die Frage stellen, was ist denn dieser Markt überhaupt? Früher, da gab es den Wochenmarkt, den kennen wir. Und heute ist das irgend so eine abstrakte Macht, die wie so ein Raumschiff über unseren Köpfen schwebt, auf uns herabschaut, unser Leben bestimmt. Und ja, die Frau Merkel, die will ja eine marktkonforme Demokratie und keinen demokratiekonformen Markt. Was ist das denn bitte für ein Markt? Was sollen wir uns darunter vorstellen? Ja, früher hat es ja den Markt geheben, den gibt es ja jetzt auch noch, wo man in Hamburg am Fischmarkt den Fisch kauft und dort vielleicht noch, wenn man halt für die ganze Familie einkauft, ein bisschen handeln kann. Das wäre also schon der ursprüngliche Markt. Natürlich ist jetzt die Börse und der Finanzmarkt zwar ein abstraktes Gebilde, aber auch hinter den Finanzmärkten gibt es ja Gesichter. Und die Gesichter sind natürlich also die großen Banken, die dort operieren. Also nur als Beispiel, also drei große Banken, also GB Morgan, Goldman Sachs und die Deutsche Bank betreiben 60 Prozent des Aktienhandels, den Hochfrequenzhandel. Also das heißt, wir haben hinter den Märkten, hinter den großen Volumina, die bewegt werden, hinter den großen Käufen und auch Aufkäufen eben von Staatsanleihen, eben Gesichter sind also die großen Banken. Und dahinter, und das ist jetzt natürlich wirklich fatal, gibt es die sogenannten Schattenbanken. Also das sind Banken wie Hedgefonds und sonstige Institutionen, die sich zumeist auf Steueroasen befinden und die auch also große Spieler, Mitspieler sind. Und das Fatale dabei ist, dass kein Mensch weiß, wie viel Geld dort unterwegs ist. Der Herr Trichet, der frühere EZB-Chef, wurde einmal gefragt, ob er nicht benennen könne, wie groß also das Volumen der Schattenbanken in Europa sei. Und da hat er gesagt, er weiß es eigentlich nicht. Jetzt glaube ich das nicht so ganz, aber ich glaube, er traut sich ganz einfach nicht sagen. Es gibt so einen Hinweis für die USA, wo man sagt, diese Schattenbanken, die also 90 Prozent der Hedgefonds sind, die auf den Cayman Islands in einer Steueroase, wo sie über die Briefkasten ihre Geschäfte abwickeln, sind bei weitem schon so groß wie die normalen Banken, die man verfolgen kann. Und das ist das Fatale an der Krisen. Also es gibt hinter dem Vorhang, wenn Sie so wollen, dieses Schattenbankensystem, das völlig unkontrolliert ist nach wie vor. Und ich kenne auch keine Regelung, dass man das in den Griff bekommen wird. Was hat denn das nun für Folgen für die Menschen, die ja letztlich diesen Markt tragen und aber auch eben ertragen müssen? Ja, wenn wir jetzt da gleich einsteigen, also vielleicht das, was auch das Problem des Euro ist. Also wenn wir immer wieder lesen, also da gibt es Spekulationen gegen die Zinsen, gegen die Staatsanleihen. Nur um eine Ziffer zu verdeutlichen, was hier gespielt wird auf dem Weltmarkt. Also gegen Zinsen und gegen die Wiesenkurse wird um 4.700 Milliarden Dollar pro Tag, ich wiederhole, pro Tag spekuliert. Das ist eine offizielle Ziffer, die ist allerdings auch schon sechs Monate alt von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn in diesem Volumina spekuliert wird, na dann ist der kleine Anleger, wenn Sie sich jetzt eine Aktie kaufen wollen, natürlich immer der Blöde. Weil mit einem Hochfrequenzhandel können die spekulieren, können die Preise rauf und runter treiben. Und für mich sind Börsen nichts anderes wie normale Spielcasinos. Also für unsere Demokratie ist das, glaube ich, nicht so gut, oder? Nein, sicher nicht, weil natürlich die Zinsen von den Staatsanleihen, die müssen dann zum Beispiel die Steuerzahler bezahlen, eben durch höhere Steuereinhebungen oder eben, wie wir das in Südeuropa sehen, durch Einsparungen im Sozialbereich, im Bildungsbereich, Gesundheitsbereich, was natürlich die Menschen spüren. Und das ist fatal. Also es ist fatal, dass wir auf der einen Seite diese nicht-anonymen Finanzmärkte haben, die völlig dereguliert sind, wo sich kein Mensch wirklich auskennt, wo es kein Bestreben gibt von Seiten der Politik, die einzugrenzen. Und es geht eigentlich nicht um die Schulden, sondern nur mehr um die Zinsen, weil die Zinsen müssen real bezahlt werden und das basiert mit Steuergeld. Also letztlich waren es ja auch die Märkte, denen wir diese Immobilienblase verdanken, die uns dann so grandios um die Ohren geflogen ist. Ja, da gab es mal so eine Fernsehsendung, in der das ganz gut erklärt worden ist, wie die entstanden ist und wie sie und warum sie geplatzt ist. Und der Finanzkabarettist Chin Mayer, der hat das dann mal im Internet aufgegriffen und da eine eigene Kreation draus gebastelt, die sogenannte Fuselanleihe. Und da hören wir jetzt mal rein. Du hast dir ausgedacht eine Fuselanleihe für Alkoholiker-Kneipen. Was ist das? Ja, das ist ein anderes Modell. Das ist auch etwas, das habe ich mich aus dem Internet inspirieren lassen. Und nehmen wir mal einfach deinen Fall. Du möchtest nebenher noch eine kleine Kneipe betreiben. Ja. Und du hast unglücklicherweise keine Ahnung von Kneipen und hast sie aufgemacht in einem Stadtteil, wo besonders viele arbeitslose Alkoholiker wohnen. So, und irgendwann, die kaufen alle natürlich nichts, weil sie kein Geld haben. Und irgendwann reißt sie die Hutsche und du sagst, scheiß drauf, ich lasse sie einfach anschreiben. So, und du lässt sie anschreiben und die Alkoholiker finden das gut. Dir ist das egal, ob du praktisch kein Geld verdienst oder nur theoretisch. Und irgendwann fällt es aber, dein Bankberater fällt auch, dass du auf dem Papier Profite machst. Und dann zitiert er dich zu sich und sagst, wie hast du das gemacht? Und dann erklärst du ihm das mit den Schuldscheinen. Und dann sagt der Banker, brillant. Weißt du was, Markus? Daraus basteln wir jetzt ein Finanzprodukt. Wir nehmen jetzt diese Schuldscheine, wir bündeln die und verkaufen die weiter. Mit einem gewissen Abschlag. Ja, also wenn das 100 Euro Schulden sind, verkaufen wir die für 70 Euro weiter. Dann freut sich jemand, die restlichen 30 von den Alkoholikern zu holen und wir sind das risikolos. So, und damit das Ganze nicht wie Schuldscheine von Alkoholikern daherkommt, nennt man das Ganze Fuselanleihen. Ah, sehr gut. Das ist ein bisschen sexier. So, und irgendwann kommt dann die nächste größere Bank und sagt, Fuselanleihen ist eine ganz gute Idee, aber man kann das doch sehr viel sicherer gestalten. Wir nehmen jetzt die besten dieser Fuselanleihen, die von den Alkoholikern mit Abitur. Und die bündeln wir nochmal neu zu einem neuen, sicheren Finanzprodukt. Das nennen wir SSO, das kommt sehr schnittig daher, keiner weiß, was es heißt. SSO steht für Suff-Sammelobligationen. Und die verkaufen wir dann nochmal weiter. Und das fängt an, richtig Schule zu machen, das fängt an, richtig gut zu laufen. Du kaufst dir noch zwei, drei andere Knatten dazu. Auch in Gegenden mit Alkoholikern, weil die ja besonders viel konsumieren werden. Alle sind gut drauf, die Alkoholiker sind gut drauf. Und irgendwann, ein paar Monate später, fällt der HSH Nordbank und der Bayerischen Landesbank auf, dass dann tierisches Geschäft an ihnen vorbeiläuft. Ja. So, das sollte für dich als Anleger schon mal ein Signal sein, vorsichtig zu werden. Wenn Landesbanken auf den Zug aufspringen. Aber noch ist Kohl nicht genug. Läuft alles super. Das ist großartig. Und alle sind gut gelaunt. Ja, super. Warte ab. Und die Landesbanken haben auch gute Ideen. Die sagen, SSO ist schön und gut, aber man kann das Ganze doch noch viel sicherer gestalten. Todsicher quasi. Wir nehmen jetzt die allerbesten der SSOs. Wie von den Alkoholikern, mit Doktortitel und ohne Leberzirrhose. Okay. Todsicher Angelegern. Die bünden wir nochmal neu zu einem neuen todsicheren Finanzprodukt. DGZ Delirium Garantie Zertifikat. Und damit Delirium Garantie Zertifikate nicht so wahllos daherkommen, lassen wir die auch bewerten von einer amerikanischen Rating Agentur. Diese amerikanischen Rating Agenturen, die machen das, was der Name schon sagt, die raten. Die raten, ob du in der Lage hast, wirst deine Schulden zu bezahlen. Die haben auch dementsprechend verdächtige Titel. Die größte heißt Standard & Poor's. Also Standard Poor, gewöhnlich armselig. Die zweitgrößte heißt Moody. Moody heißt übersetzt so viel wie launisch. Und die drittgrößte heißt Fitch. Das heißt, du übersetzt erstmal gar nichts. Ist aber vermutlich eine Kombination aus Fucking Bitch. Fitch. Oder formuliert sich schlecht hier. Das Gute an diesen Rating Agenturen ist, du bezahlst die, wenn du bewertet werden willst. Und wenn du denen genügend Geld in den Rachen geworfen hast, dann sind die magischerweise davon überzeugt, dass du alle Schulden begleichen kannst. Dann kriegst du die gewünschte Bewertung. Triple A, dreimal A, alles absolut alkoholisch. Und mit dieser Triple A-Bewertung ziehen jetzt die Bayerische Landesbank und die HSH-Handortbank los und verticken DGZs im ganz großen Stil und alle steigen ein. Große Pensionsfonds. Leute stoßen ihre Staatsanleihen ab. Zahnärzte schulen um. Von Zahnarzt auf Knäuke, weil es der sicherste Weg zur ersten Million ist. Das ganze Land spielt verrückt. Alle sind gut drauf. Alle machen Winn. Führende Analysten sagen, es besteht überhaupt kein Grund, weshalb der DAX nicht am Jahresende die 12.000er-Marke überspringen sollte. Alle sind gut gelaunt. Bis dann irgendwann ein kleiner Sparkassendirektor von einem der Alkoholiker ein bisschen Geld in Begleichung einer allerersten Rate sehen möchte. Und dann, Markus, solltest du deinen Leerjet schon mal mit Nase Richtung Karibik geparkt haben. Oder du machst, und das ist das Vielversprechendere, du gehst zur Regierung und du sagst, Moment mal, das sind noch alles Hartz-IV-Empfänger. Das sind noch eure Leute. Und wenn ihr mich jetzt hier nicht aus der Kacke raushaut, dann fahren wir die Wirtschaft kollektiv so dermaßen in die Wand, dass ihr nie wieder gewählt werdet. Und schon spannt sich über dir ein Rettungsschirm auf, die Springstabend ist immer noch nicht. So gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.